Ich lerne Deutsch. Nummer 9428 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Teddybär ist der Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Ein Teddybär ist der Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Ein Teddybär ist der Inbegriff von Wärme und Geborgenheit. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Das ist jetzt wichtig. Lass uns über das Thema diskutieren und eine Entscheidung finden. Lass uns über das Thema diskutieren und eine Entscheidung finden. Das ist ein gutes Ergebnis. Brauchst du noch Hilfe bei diesem Projekt oder ist es damit abgeschlossen? Du spielst die Gitarre am besten. Ich höre dir gerne zu. Du spielst die Gitarre am besten. Ich höre dir gerne zu. Ich habe gehört, dass Rauchen schädlich sein kann, aber das ist mir egal. Ich habe gehört, dass Rauchen schädlich sein kann, aber das ist mir egal. Der steigende Anteil von Frauen im Grafikdesign hat zu einem Wandel in der Branche geführt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Du spielst die Gitarre am besten. Du spielst die Gitarre am besten. Und curve Ч Konst da hat. Vielen Dank. Vielen Dank.